Sie sind frei, Sie sind frei, Sie sind frei, Sie sind frei. Sie sind frei, Sie sind frei, Sie sind frei, Sie sind frei. Und sie hat nicht mehr Zeit, um ihre Daugie zu verabschieden. Und ihre Kinder hier sind auch hier, sie hat sie noch hier, die sie lieben. Sie haben schon ganz viele Kinder, das lieben sie sehr. Sie haben eine kleine Doktorze und die Unterlagen. Das ist ein Hate. Das ist ein Hate. Die Doktorze ist ein Hate. Die Doktorze ist ein Hate. Die Doktorze ist ein Hate. Sie sind nicht ein Hate. Das ist eine große Werteilung, die von zwei oder drei Tagen zu werden, dass sie zu werden, dass sie jetzt nicht passiert ist. Das ist eine große Werteilung. Und als eine Firmally Incarcerated Woman und als eine Freundin von Melissa und Familie, das ist einfach sehr überwältig. Vielen Dank.